Das Kuriose ist, dass in diesem Eosakral-Gelenk, würde ich behaupten, das ist eine subjektive Meinung gerade von mir, keine Blockade zustande kommen kann. Aber, was lest ihr oft auf euren Verordnungen und von eurem Arzt? ISG-Blockade. Hallo und herzlich willkommen. Heute Thema Blase und Blase. Was hat die Blase mit Rückenschmerzen zu tun oder sogar mit Leichtenschmerzen? Und zwar, wir müssen uns vorstellen, dass die Blase im Beckenraum sitzt. Ich zeige euch das mal. Nehmen wir mal meine wunderbare Wirbelsäule hier. Ihr habt hier das Becken, dann haben wir hier vorne das Schambein, also das ist jetzt von vorne gesehen, das ist das Kreuzbein. Hier habt ihr die Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule, übrigens zwischen jedem Wirbelkörper bis hoch zur Halswirbelsäule, außer erster und zweiter Halswirbelkörper, da ist keine Bandscheibe, ansonsten überall. Dazu muss man auch noch sagen, dass jedes Organ übrigens, nicht nur die Blase, auch Verbindungen zur Wirbelsäule hat und auch jedes Organ Schmerzen hervorrufen kann an der Wirbelsäule und somit auch am Rücken. Die Blase liegt hier unten drin und hat Bandstrukturen, die hier hinten ans Kreuzbein, an dieses Kreuzbein, also an die rechte und die linke Seite und rechts ans Becken bzw. links ans Becken ansetzt. Wenn ich jetzt eine Zugveränderung kriege, wie zum Beispiel durch eine Schwangerschaft, wo da die Gebärmutter hinter der Blase liegt, von euch jetzt ausgesehen, dann verdrängt die ja die Blase und der Zug auf das Kreuzbein oder auf das sogenannte Iliosakralgelenk, übrigens für alle mal Iliosakralgelenk, warum heißt das so und wo ist es? Das ist dieses Gelenk zwischen Becken und Kreuzbein. Das ist ein plattes Gelenk und das heißt deshalb, weil das ist aus Ilium, das ist aus Sacrum, Iliosakralgelenk, Medizin ist ja nicht schwer. Ja, also wir basteln uns ja das nur zusammen. Und das Kuriose ist, dass in diesem Iliosakralgelenk würde ich behaupten, das ist eine subjektive Meinung gerade von mir, keine Blockade zustande kommen kann. Aber, was lest ihr oft auf euren Verordnungen und von eurem Arzt? ISG-Blockade. Ich sag euch mal eins, dieses Gelenk hat eine Beweglichkeit von 0,2 Grad. Gar keine. Also entweder ist es blockiert oder es kann einfach nicht blockieren. Ja, es kann aber die Bandstrukturen, die hier sind, hinten und wie ich euch gerade gesagt habe, von der Blase in Zugveränderung zu Schmerzen führen. Wie kriege ich jetzt selber diese Problematik in den Griff? Ich habe mir dazu was ausgedacht. Die osteopathische Behandlung wäre halt, ich würde mir die Blase mit meiner Hand erfüllen. Meistens so, dass der Patient am Rückenlage liegt. Die Beine stehen auf und ich gehe mit der Atmung immer weiter in den Bauchraum und habe irgendwann die Blase in oder an meiner Hand. Und kann dann hier mit Druckveränderungen spielen und auch erstmal fühlen, wo ist mehr Festigkeit, wo ist lockerer und kann das Ganze dann wunderbar lösen. Was ihr selber aber machen könnt, ihr legt euch einmal in Rückenlage. Und das würde so aussehen. Also, wir liegen oder ihr legt euch auf den Rücken, ihr könnt euch auf den Boden legen, macht es euch auf jeden Fall gemütlich und ihr müsst eine gewisse Ruhe in eurem Körper haben. Wenn nicht, wenn ihr merkt, ihr seid irgendwie so ein bisschen nervös, man hat so einen nervösen Bauch, bitte fangt erstmal an, euch nur auf eure Atmung zu konzentrieren und legt eure Beine entweder hoch und da lagert sie mit zwei Kissen oder wenn das nicht geht, stellt sie bitte an, weil dann die Bauchspannung nachlässt. Ja, wenn die Beine ausgestreckt sind, haben wir Spannung auf dem Bauch, so nicht. Atmung würde ich wirklich meine Hände erstmal hier oben auf den Brustkorb legen oder zumindest an den unteren Rippenrand und einfach erstmal nur ein- und ausatmen. Bei der Ausatmung lasst ihr den Körper etwas locker. Eine Minute, dann seid ihr auch ein bisschen runtergefahren. Dann nehmt ihr eure beiden Hände und legt sie hier unten in das kleine Becken. Das heißt, ihr spürt hier zwei Knochen und geht dann in die Mitte und legt erstmal da eure Hände ein. Atmet ein und aus. Stellt euch vor, dass bei der Einatmung das Zwerchfell nach unten geht. In dem Fall gehen auch alle Organe nach unten, auch die Blase. Und bei der Ausatmung zieht das Zwerchfell nach oben und nehmt das ganze Paket der Organe auch mit nach oben. Und dem nähern wir uns langsam einfach an. Das heißt, ihr atmet ein, gerne geht nach unten, ausatmen und erstmal leichten Zug. Und ich meine wirklich leichten Zug. Und wenn es euch so leicht vorkommt, ist es genau richtig. Und wieder einatmen, locker lassen die Hände. Und bei der Ausatmung leichten Zug Richtung Rippenbogen. Dann werdet ihr schon hinten merken, dass Spannung nachlässt. Weil ja, dass die Blase an dem Kreuzbein mit dran ist. Das Kreuzbein sinkt immer weiter ab und ihr werdet nicht nur das Kreuzbein merken, sondern auch, wenn ihr in einem Hohlkreuz liegen solltet, geht der Bauch immer weiter rein und die Lendenwirbelsäule immer weiter nach unten auf die Liege. Und dann atmet ihr weiter und guckt mal, wo mehr Zug drauf ist. Bei mir ist es jetzt rechts. Das heißt, ich würde mit beiden Händen rechts hingehen. Übrigens tut mir rechts auch immer mein Bein weh. Hinten. Also öfter. Natürlich tut mir nichts weh. Ich mache ja regelmäßig meine Übung. Und dann atmet ihr wieder ein und aus und zieht jetzt in dem Fall schräg nach oben, weil die Aufhängung ja im Becken ist von der Blase. Ob ihr das jetzt zwei, drei Minuten macht oder vier, fünf, sechs, das ist wirklich euch überlassen. Lasst euch auf jeden Fall Zeit. Nehmt das als Entspannungstechnik auch mit. Denn es können nicht nur die Bewegungsmechanismen im Körper, also biomechanischen Sachen, sondern auch die viszeralen Strukturen, also Organe, durchaus zu Rückenschmerzen führen. Das als Fazit dieser Übung. Probiert das mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch geklappt hat. In diesem Sinne, bleibt in Bewegung, viel Spaß und ciao.